Hallo und Willkommen zurück bei Wildstar. So, ich guck mal, ob wir hier die... Lob hier irgendwie... äh ja, Schatzsucher 0815, aha. So, hier oben hab ich wieder meine Leiste mit den Schützen. Und dann suchen wir mal nach so einem Schatz. Nicht da lang. Aber da. Saug mal ein. Ähm, wo sind denn die? Die sind ja hier irgendwie... zu einer Dominion-Basis oder hier Piraten-Basis? Äh. Der Stacheldraht sieht aber auch unfreundlich aus. Immer du machen wolltest, äh, war nicht so gut. So, 82, 83, 84. Oh, das... das sieht doch gut aus. Äh. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Wo wollte ich... da wollte ich lang. Soldatenmission freigeschaltet. Deswegen, es werden hier zig Millionen Soldatenmissionen immer freigeschaltet. Aber... Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Ich muss, glaub ich, irgendwann auf der großen Karte mal nachgucken. Was ist noch schlimmer als ein verrückter Eldan-Terraformer, der alle in tödliche Squirt-Zombies verwandelt? Eine wilden Belop-Raut mit Haaren auf den Zähnen. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Von jetzt an geht es nur noch bergab. Um Gottes Willen. Okay, äh, ja. So, da... Ach, guck mal. Die haben hier... Lustige... Inuit-Kapuzenjacken an. Mit Möhrchen vorne drauf. Jaja, äh, was Lob tun können für Großwachsene. Tiefsee tauchen hier. Ich hab da eine komischen Perlen. Geliederperlen? Die ist sehr gut erfunden. Zahle besonderen Preis für Perlen von Großwachsene. Was meinst du? Naja, 23 Silber, aber geht ja noch. Ja, klar doch. Hier, aufi. Blüpp. Äh, ja. Blutmondschein. Rotmondmarodeure entführen Lob. Stehlen unsere Glitzis. Stehlen sagt, Marodeure müssen zahlen. Du helfen Lob. Holst du Glitzis zurück und füllst Gräber der Rotmond. Äh, Rotmond. Ja, mach mal. Du Lobfeinden richtig wehtun. Jaja, machen wir ja. Ähm. Da-da-da. Tag. Lange nach vertrackten Schätzchen jagen. Mhm, genau. So, dein Schatz hier, äh, beziehungsweise ist sehr wahrscheinlich hier auch so eine, ja, fortlaufende. Da kann man bestimmt hier zig Millionen Zeugs immer abgeben. Du guter Freund, du noch besser Freund und bring Lob noch mehr Glitzis. Ist ja ja hier. Auf Wiedersehen, Freund. Mhm. Ich hab aber nix bekommen, oder? Glitzis. 24. Egal. Lob verkaufen kein grausli Zeugs. Lob verkaufen nur Bestes. Jaja, ist ja gut. Ähm. Ich will ja hier auch nix kaufen. Ich will hier hauptsächlich verkaufen. So. Äh. Wir sollen... Marodeure, gestuhlene Glitzis. Äh. Das kriegen wir hin. Das machen wir dann auch noch schnell für die, äh, Lob. Äh. Oh komm, der hat, hat dich doch gar nicht getroffen. Du standst ihm doch im Rücken. Ja, und anscheinend kann man hier... Äh, das ist... Ist dann doch ein, äh, eher wanderndes Glitzis. Äh. Ach hier, die haben die Affen abgerichtet. Ja, war ich wieder so... Intelligent und hab meine, äh, Tarnung ausgeschaltet, weil ich gedacht hab, ich wär nicht drin. Na, kann ich grad nicht. Dopp. Tööööp. Huch. Hm, 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 hm. 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 ihn hier treff heute die tasten nicht so wirklich gut 74 76 79 78 ok da geht es wieder weg ok hier irgendwo habe ich gesagt hier ich weiß zwar immer noch nicht was es bringt aber wir sammeln mal hier schätze mit ein hier liegt dann tatsächlich mal ein richtiges buch ok da sollten wir uns vielleicht nicht blicken lassen aber vielleicht bei denen doppelt genäht warum auch immer ja hier muss man einfach nur nur alles töten das hat ein wenig ich komme jetzt wenig schade dass man da einfach nur hier irgendwie stumpf prügeln muss aber das ist ja sowieso bei meist den meisten mmo ist immer so dass immer viel viel getöte komische plötzliche winter einbruch ist auch immer sehr merkwürdig der dann einfach mal so mir nichts dir nichts erscheint hallo wieso wieso hat das denn voraussetzung nicht erfüllt wieso also unter 75 prozent na gut wie viel müssen wir denn noch 69 50 prozent können wir hier nicht so ein paar kleinere gruppen haben oh aber hier ist jede menge klitzis den brauchen wir bestimmt zwar hier für irgendeine quest mal aber ist mir ja eigentlich wurscht wenn ich hier töte tot ist tot wenn da noch ein bisschen klitzis irgendwo im geldbeutel hatte umso besser das sah jetzt auch irgendwie so aus als hätte er gerade seinen eigenen affen hier erschossen die sind aber sehr synchron gestorben die sind auch ein bisschen ein bisschen gemein denn da für komische komische sachen und da sind wir doch hier bald fertig so komm mal ran hier ok klitzis haben wir alle dann sammeln wir hier noch gerade den schatz ein und dann gehen wir wieder zurück zu den lob wir können ja hier nicht ewig da rumhampeln weil ich will ja eigentlich auch noch hier helikopter fliegen und so blub gute neuigkeiten gut vielleicht denken rotmond jetzt zweimal nach bevor sie von vick walli stehlen so was kriegen wir denn hier wick walli klitzi brutalität und basis lebenspunkte mum und fokus erneuerungsrate dann nehmen wir das das haben wir jetzt auch angelegt äh was können wir denn hier alles deko ne das moment was ist denn das da äh recyceln 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 das behalten wir hat er hoffentlich in die kiste gelegt ja wunderbar dann verkaufen wir hier Schrott nein 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 tech pionier gedönse aber ist das hier das einzige dorf also wir könnten ja hier eigentlich auch noch gerade ach so ach so da kriegt man dann halt den den ruf ansehen ok wandeln wir um naja so funktioniert das alles klar wo ist der denn also man kann da halt ruf farmen alles klar aber wir entfernen uns eigentlich hier der ganzen geschichte wo ich eigentlich hin will mach das der der sitzt aber auch hier sehr dicht an der ganzen geschichte dran ups ja er ist ja gut muss klitzigste von klitzis finden ja ja hier mixi keine angst finden großen klitzi kann großer schatzsucher von ganz wie gewalli müssen nur zuerst mut finden ja ich helfe ja mixi keine angst finden großen klitzi dann größter schatzsucher ja ja hast du schon erzählt mixi auf großer suche nach klitzigstem klitzi von allen ach alarm äh stehle rotmond schatz zu ehren von lob aber marodeure schrecklich du vielleicht gehen rein und stehlen schatzkarte ja ja du lassen lob nicht im stich so dann stehlen wir schatzkarte wo ist denn schatzkarte ist das schatzkarte truhe mhm mhm befindet sich shimniger käse ja wunderbar wollten wir ja schon alle mal haben so an die kiste gehen wir nicht aber an die hoff ich nein keine brand munition mhm befindet sich munition aber keine karte schade ah schatzkarte ja du stärker als du aussehen ermutige was ermutigte mixi zur tapferkeit also mixi schlicht sich in camp auch nach karte gesucht na großartig oh oh große probleme schatzkarte gesucht stattdessen furchtbare marodeure gefunden jetzt mixi eingesperrt du groß wachsender helfen schnell ja halt durch du große hilfe für lob die lob da so wo wo ist er denn achso ja jetzt hier töte mart ja hab ich mir ja schon gedacht dass wir den da nochmal umhauen müssen ja da ist auch mixi so dann hauen wir zuerst mal den mart um und befreien den lob 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 so das wär das das wär das danke du lob helfen bei flucht jetzt lob verstecken an sicherem ort bis du mich holen bitte was kehre zurück zu Dingsbums ach da hat er sich da hinten hin verkrümelt ey vor so einen komischen roten Typ ja ok ich würde sagen ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss bevor ich mich mit dem hier noch weiter auseinandersetze und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder also bis dann